Die Klimakrise ist derzeit in aller Munde. Deshalb möchten wir uns als ÖVP Schwanenstadt in den nächsten Jahren für die sanfte Mobilität einsetzen. Eine gute Erreichbarkeit des Zentrums, sowie anderer wichtigen Einrichtungen, wie zum Beispiel den Schulen, ist uns ein besonderes Anliegen. Die Umsetzung von E-Tankstellen und Fahrradständen am Stadtplatz ist bereits in Umsetzung. Die Umfahrungsstraße ist seit vielen Jahren aus unserer Stadt für die Verkehrsentlastung und die positive Entwicklung unserer Stadt nicht mehr wegzudenken. Ebenso wichtig wäre aber die Umsetzung der sogenannten Nordspange aus Oberndorf kommend unter der Westbahnstrecke durch bis zum großen Kreisverkehr beim Eurospar. Deshalb werden wir uns auch in den nächsten Jahren vehement für deren Planung und Umsetzung einsetzen. Daher am 26. September Team Mag. Staudinger ÖVP Schwanenstadt Wilm. Vielen Dank.